Herzlich Willkommen zu einer Fahrtkarte irgendwo in Hüring, 2.0. Wir sind gerade dabei und machen Mais. Aktuell sind wir mit unseren Abfahrern nicht. Ja, wir schauen mal, ob man Platz machen sollte. Ja, eine Kurve ist hier. Ja, die Kurve mögen sie nicht. So. Also verschenken die mir ein bisschen was. Aber gewaltig. Der fährt hier schon den Baum fest. Innen drin ist gerade ungünstig. Naja, wenn es funktioniert. Was soll's. Also nur zwei Fahrzeuge beschäftigen wir uns kurz gucken. Nach den Kühen. Ob die genug Futter haben. Bei Erdungszeit geht los. Aber wir haben spät im Sommer. So, wettermäßig. Heute Nacht um 3 Uhr Regen. Ganz schlecht. Wir machen auch schlecht. Schauen wir mal. Kühe haben erstmal genug Wasser, genug Futter. Dann haben wir keine Sorgen. Dann kümmern wir uns hier um die Mais kümmern. Also eh genug Arbeit. Mal gucken, ob das auch nicht reif ist. Da ist noch nie reif. Sonst hätten wir da loslegen müssen. Wenn der Regen ansagt, dann muss man da was tun. Aber gut, damit keine Möglichkeit zum loslegen. Ein bisschen was verteilen. Ein bisschen. So ziellos ungefähr. Hast du einen Plan? Nein. Na, war drei V-Kriegen. Ich denke schon. Ja, Mais haben wir gar nicht. Ja, wir werden auf eins gehen. Die Fündigkeit. Wir wollen ja schon ernten. Mein gut, der Mais wäre noch reif. Aber wir wollen ja auch entsprechend im nächsten Fall auch noch arbeiten. Und das können wir nur, wenn wir hier genug Zeit haben. Das können wir hoch machen, sonst haben wir ein Problem. Wir haben ja genug. Und die anderen Kollegen, die runtergefahren sind, um der nächste kommt. Nächste, ich will, der kommt da. Ja, da ist er ja. Im rot klarierten Hemd. Wer ist das? So, rosa. Das sind ja keine guten Meldungen, wenn du den Verkehr erfährst. Findern, wir können hier ja auch reinigen. Und dann sind wir sie, wenn wir hier schon mal rein. Und dann kommt der H2-W aufpix. Und dann schauen wir mal an. Wer wird es das, was macht den потом nochmal rein. Und dann, wenn ich die H2-Ware, würde ich alle schon beachten, weil wir eine Stunde aus dem T다. Zwischenfälle, wenn wir drauf machen. Und dann kommt ein bisschen. dann mache ich nur noch nicht an. Und dann platzieren. Und dann immer. Und dann ist das hier auch ein bisschen. Und dann macht das hier. Und dann müssen wir uns hier das. Junge steck mich ja hier fest wir müssen den Haufen beteiligen mit Schwung Rappeln da geht doch ja da geht alles hier ne und er ist voll nicht gut genug Stress hier alleine hier 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 will man jetzt umstellen und zwar Auto Abstand seitlich vertikal Abstand wir müssen mehr Abstand haben hier auf 8 Meter wie Tascha sagt wird doch nicht so ein Mist da her da sagt er auch nix das ist ja hässlich bloß ja die Kurvenfahrt noch ist nichts für die gut darf jetzt ein bisschen mehr sein dann machen wir 11 Meter und dann machen wir es auch 11 Meter ne mehr nicht weniger ne mehr nicht weniger dann dürfte das bisschen besser laufen hoffe ich jedenfalls und dann nicht so lange brauchen für mais wir haben andere arbeiten für uns also gut ist normales kannst auf der regen arbeiten die spitzen wegnehmen hier dann kommt hier rüber gefahren das wird gleich auftauchen der erste nichts zu sehen der karte auch nicht ich werde voll Tja, Vogel Ups Wieder auffüllen Bis rückwärts fahren und bis verteilt ist, bis die Verteilung da ist Wo bleibt der? Da fahren wir rüber Sie haben eine breite Reihe, da werden wir gleich noch dichten und ein bisschen breit fahren Krieg ich gar nicht hin Ups Ah, da kommt der schon Da kommt der Übeltäter schon War die Rüst? Das ist schwer genug Ich hoffe mal, ne? Das Ablagen haben wir auch nicht perfekt, da brauchen wir mal zu sein Weil, das gefällt mir auch nicht so Aber aktuell Andern auch nicht geklappt Und schnüriger sind mit durchfahren Die müssen mehr Eid ebenen Das ist ein Windzeug hier Hätte wahrscheinlich noch mit einem anderen Traktor noch im Verteilerwende müssen Was voll Müssen wir höher fahren Wenn der Rhein fährt Dann geht's mit dem Verteilung Um Ну đi wir haben aufgefahren liegen wir fest das ist schon lustig wenn ich kaum durchkomme das soll niemals durchkommen weiß nicht wo das war, da war mal eine 17er version, da konnte man ein Lebensiklo fahren abkippt, hat sie das entsprechend in Silo aufgefüllt fand ich im Prinzip ja nicht schlecht also hat man die Probleme gehabt aber ich weiß nicht genau welche Karte es war das ist müh, das stück herfährt, warum nicht? das ist müh, das stück herfährt, warum nicht? ich rufe gleich ich rufe gleich ich rufe gleich warum darfst du nicht weiter fahren? keine Reisweite keine Reisweite ich rufe gleich oh, oh, oh oh, oh sonst kenne die nichts, da fahre ich mal einen Haufen wir sehen so ein paar, das ist typisch komm gleich, schieb dich gleich komm gleich, schieb dich gleich warum fährt der andere nicht weiter? warum fährt der andere nicht weiter? bestimmt zu einer blauen Ecke entlassen na na, noch kein Feierabend die sind nicht in ganz, ganz, ganz blöden Ecke ich glaube, die sind nicht in ganz, ganz, ganz blöden Ecke wo die nicht genau wissen hier, hier bin ich hier jetzt fangen die los so, liebe Schauer, das war das Volk gewesen sein ich danke fürs Heilschauen auch noch nicht, wenn ich wenige gesprochen habe zum Schluss ich war ja voll bei der Sache dann seid mal Füße und wenige Winkel tschau vielleicht hören wir und sehen uns mal wieder mal ein bisschen mehr reden, ne tschüss und danke fürs Heilschauen tschüss